Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Kanal-Update. Ich bin soweit von meinen diversen Krankheiten, Schrägstrich, Wehwehchen, genesen und möchte mich nochmal bei allen ausdrücklich für die Genesungswünsche bedanken. Und jetzt, wo ich wieder fit bin, zumindest so fit, wie ich halt sein kann, naja, wie ich halt bin, sagen wir so, können wir uns auch wieder mal um Let's Plays kümmern und vor allem um zukünftige oder um ein zukünftiges, nämlich um das nächste, was ansteht. Weil dem Interessierten zu sehr aufgefallen sein dürfte, dass sich OpenX-Com dem Ende nähert. Ist ja auch lang genug. Wir werden diese Woche nach Cydonia aufbrechen. Das wird wahrscheinlich, da das eine relativ lange Mission ist, ein paar Videos umfassen. Aber auf jeden Fall ist das Ende, ob nur so oder so, dieses Spiels definitiv abzusehen. Und da wollte ich schon mal ankündigen, was ich mir überlegt habe, was als nächstes als Let's Play folgen soll. Zum einen brauche ich mal eine kleine Pause von dem taktischen Runden oder taktischen Strategiespielen. Wir haben ja ziemlich viel OpenX-Com gespielt, da möchte ich mal ein bisschen mit pausieren. Es wird dann in absehbarer Zukunft sicherlich Terraform the Deep folgen, aber noch nicht gleich. Vielleicht haben dann die OpenX-Com-Macher auch noch ein bisschen mehr Zeit, das weiterzuentwickeln. Weil eigentlich, so wie ich das im Kopf habe, Version 2.0, OpenX-Com 2.0, eine vollständige Implementierung von Terraform the Deep haben soll. Es geht zwar jetzt auch schon, aber ich glaube, der Plan war, also bei 1.0 wollten sie das Original abbilden und bei 2.0 dann Terraform the Deep auch. Falls sie es in der nächsten Zeit nicht auf die Reihe kriegen, zu 2.0 zu kommen, werden wir es in der vorliegenden Fassung spielen. Also es ist definitiv, was ich gelesen habe, also Terraform the Deep ist, was ich gelesen habe, in der vorliegenden Fassung von OpenX-Com definitiv spielbar. Und das werden wir dann also machen. Das steht ja schon seit langem auf dem Plan. Aber wie gesagt, noch nicht unmittelbar jetzt sofort nach OpenX-Com. Da will ich mal ein bisschen mit dieser Art von Spiel pausieren. Deswegen wird es ein anderes Let's Play geben, an einem anderen Genre. Und zwar ein Spiel, auf das ich mich ziemlich freue. Und ich glaube, was ich so von dem einen oder anderen Kommentar entnehmen konnte, einige von euch auch. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass es eines der besten Spiele aller Zeiten ist. In meiner bescheidenen Meinung, Ultima 5 wird im Anschluss an OpenX-Com Let's Played. Das wird wahrscheinlich in ein oder zwei Wochen dann also sein. Genauer Termin steht da noch nicht fest, weil ich ja noch nicht weiß, wie viele Videos ich für Cydonia verwenden muss. Aber vom Prinzip ist also das nächste Let's Play, was dann auf OpenX-Com folgt, und zwar auch auf dem Upload-Slot von OpenX-Com, Ultima 5 Warriors of Destiny. Ja, ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen Vorfreude bereiten. Und ich hoffe ebenfalls, dass wir uns dann vielleicht in diesem Let's Play wiedersehen. Ja, dann wünsche ich euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.